Auf unserem Tisch liegt heute die Scyther D3 Jacke von Dainese. Diese Allrounder Jacke ist für jede Einsatzsituation gedacht und kommt großartig raus. Die Hauptmaterialien für diese Jacke sind die D3 wasserfeste Membrane, welche bei 20.000 mm bewertet ist, sowie hochfestes Material, welches wasserabweisend behandelt wurde. Die Jacke kann mit passenden Hosen verbunden werden, um einen Anzug zu bilden und Hals, Handgelenke und Taille können angepasst werden, um die Jacke gut zu verschließen. Zum Schutz gibt es entfernbare Kompositprotektoren an den Ellenbögen und Schultern. Außerdem gibt es eine Tasche für einen G1 oder G2 Rückenprotektor. Es gibt Luftöffnungen an den Seiten, zwei Taschen vorne und eine Innentasche. Die Scyther D3 Jacke findet ihr in unserem Online-Store Champion-Helmet.com